Freunde der Nacht, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines kleinen, aber umso feineren Magazins Foto-Move. Und heute soll es mal um die große Frage gehen, stelle ich lieber alles von Hand ein oder lasse ich meine Kamera die ganze Arbeit übernehmen? Also wird es heute mal so einen freien Flug durch die Frage Automatik oder manuell geben. Ich habe so fünf Themen rausgesucht, fange mit den unstrittigsten glaube ich an, kann auch ein bisschen was aus meiner Erfahrung noch dazu erzählen. Habe mir natürlich den dicksten Brocken für den Schluss aufbewahrt, dann habe ich zum Schluss ein bisschen mehr Zeit und muss nicht hetzen. Und ja, fange einfach mal an, springe da ins Wasser mit einem Thema, das euch wahrscheinlich relativ witzig vorkommt, denn das macht man heute ja gar nicht mehr. Es war die Frage nach dem automatischen Filmtransport, dass man halt aufs Knöpfchen drückt und danach direkt das nächste Bild machen kann oder lange aufs Knöpfchen drückt und man kann dann ganz viele Bilder in einer Reihe machen. Heute total selbstverständlich, geht auch gar nicht anders, aber zu Filmzeiten war es tatsächlich eine Neuerung, sich so einen Motor darunter zu bauen, der den Film automatisch transportiert. Und ihr glaubt es nicht, war natürlich total komfortabel. Ich fand es total cool, weil es so ein heißes Geräusch machte und irgendwie so professionell sich anfühlte. Aber selbst da gab es Leute, die sagten, nein, also mit dem Aufziehen, da habe ich einen anderen Bezug zu meiner Kamera und außerdem kann der Herr Motor den Film ja zerreißen. Selbst da gab es Kritik, aber die war natürlich relativ, also ziemlich schnell verschwunden. Sprung von ganz früher zu ganz heute, denn das gab es früher gar nicht, ist der automatische Weißabgleich. So, jetzt könnte ich es mir einfach machen, ich fotografiere RAW, was ich jedem nochmal ans Herz legen möchte. Da ist es nämlich total egal, weil der Weißabgleich auch im Nachhinein geändert werden kann. Also selbst wenn der total falsch ist, kann man es ändern. Aber ist der denn wirklich so oft total falsch? Nee, ist er ja nicht. So, also moderne Kameras, also ich sage jetzt immer, was man so in den letzten paar Jahren kaufen konnte, haben alle einen sehr, sehr guten Weißabgleich. Und den kann man eigentlich auch eingeschaltet lassen, es sei denn, man weiß tatsächlich, dass man sehr, sehr lange unter fixen Bedingungen arbeitet. Dann kann man mal eins der vorgewählten oder eins der vorwählbaren Einstellungs- Nöppis, ich kriege den Satz nicht zu Ende, verwenden, so, und sich einfach mal darauf verlassen. Aber da ist natürlich die Gefahr, man muss es nachher auch wieder abschalten. Weil, wenn ich jetzt alles auf Kunstlicht einstelle und dann nehme ich meine Kamera wieder mit zur Wald- und Wiesenfotografie, dann gibt es eben auch Fehlbelichtung. Also eigentlich benutzt da meine Empfehlung auch bei JPEGs die Automatik. Die Kalibrierung ist halt total aufwändig. Also da muss man es immer wieder machen und immer wieder anpassen. Also ich bin da nicht so ein Freund von, ihr merkt, ich bin da eher faul. So, dritter Punkt. Der Autofokus. Das ist ja eigentlich schon ein großes Thema. Und ja, natürlich, lange Zeit gab es gar keinen Autofokus. Lange Zeit gab es sogar Kameras, in denen ein Maßband eingebaut war, um Abstände zu messen. Oder Entfernungen mussten geschätzt werden. Oder die Objektive waren so einfach, dass ab relativ kurz davor eh alles mehr oder weniger scharf war. Aber natürlich, ich sage mal, seit den 70ern, 60ern Einführung der, der oder weiten Verbreitung der Spiegelreflexfotografie, da wurde es natürlich spannend. Und da gab es dann Einstellhilfen, aber es war manuell. Und ich muss sagen, das ist jetzt eben eine persönliche Sicht. Ihr seht die dicke Brille, die trage ich seit meinem dritten Lebensjahr. Das heißt, ich konnte nie besonders gut scharf stellen. Ich musste da immer schwierig hinschauen. Und als der Autofokus Ende der 80er anfing, sich wirklich durchzusetzen, oder Anfang der 90er, war ich heilfroh. Der war noch fehlerbelastet. Der funktionierte nicht ganz so super. Die Messpunkte waren noch relativ groß. Aber alles war besser, als immer alles zu versemmeln. Und ja, zu dem Zeitpunkt gab es Fotografinnen und Fotografen, die das besser konnten. Die es manuell besser konnten und die mal sagten, so einen Blödsinn brauchen wir nicht. Aber was soll ich sagen? Die Zeiten sind lange vorbei. Spätestens seit den 2000ern mit mehreren Messfeldern. Aber heute natürlich mit den unglaublichen Möglichkeiten, die es da ja gibt. Da ist tatsächlich eine manuelle Einstellung. Ja, nur noch, wenn es zu dunkel ist. Selbst das gibt es ja kaum noch vonnöten. Oder im filmischen Bereich. Aber über den reden wir nicht. Und insofern, ja, Autofokus kriegt von mir ein dickes Pro. So, ein Ausreißer noch, bevor wir dann auf den größten Punkt zum Schluss kommen. Das Blitzen. So, und Blitzen hat sich natürlich nach Einführung des TTL-Blitzens sehr stark geändert. Through the lens, also durch die Linse wird das abgegebene Licht gemessen und dann verrechnet mit den Daten der Kamera. Und ja, da kann man fast eine eigene Sendung zu machen. Komme ich gleich noch mal zu. Das war früher einfach echt kompliziert. Man muss die Entfernung schätzen oder beim indirekten Blitzen die doppelte Entfernung oder was auch immer. Und dann umrechnen und irgendwelche Tabellen benutzen. Darum ist TTL da einfach ein Segen. Und ja, man kann auch andere Spielereien mit seinen Blitzgeräten machen. Man kann eben aufhellen. Ist ja keine Spielerei. Aber man kann aufhellen und man kann, was weiß ich, Stoboskop blitzen oder was die alles können. Aber im Prinzip die Standard-Leib- und Mageneinstellung, die ich jedem seit Jahren empfehle, stellt auf die beste TTL-Funktion, die euer Kamerahersteller erlaubt. Und dann werdet ihr damit klarkommen. So, und dann wird das laufen und da gibt es dann eigentlich auch nichts dran zu meckern. Deswegen keine Angst vorm Blitzen, aber das ist ein anderes Thema. So, und jetzt der dickste Brocken zum Schluss. Die Belichtungsmessung bzw. die Übertragung der Messung. Das mache ich mal in einem. So, Belichtungsmessung. Klar wurde früher mit externen Belichtungsmessern gemacht, aber auch mit Einzug der Spiegelreflexkameras. Insbesondere dann eben auch in den Kameras integriert. Ich lasse jetzt mal die Selenzellen auf älteren Kameras mal beiseite. Die wurde dann integriert und es fand eine direkte Übertragung dann eben unter Umständen auch schon in der Kamera, was die Werte angeht, statt. Und ja, diese Belichtung am Anfang dieser Belichtungsmessung, es war eine oft noch nicht mal mitten betonte Integralmessung, die war tatsächlich nur so bedingt zuverlässig. Also da musste man als Fotografin oder Fotograf schon sehr aufpassen, was man fotografiert und musste die Schwächen dieser Messmethode kennen. Und da haben auch viele zu Anfang gesagt, das kann ich wirklich besser von Hand, sei es mit einer Spotmessung, einer Mehrfeldmessung, eine direkte Lichtmessung, weil das ist die Wahrheit, die direkte Lichtmessung ist auf jeden Fall bis heute die theoretisch beste Methode, nur eben sehr unpraktikabel. Und ja, da hat es auch relativ lange gedauert, bis in die späten 90er, als dann die Mehrzonen-Messmethoden sich durchsetzten und eben auch Computer generiert wurden letzten Endes. Sehr vereinfacht gesagt sind da ja viele Vergleichsfotos gespeichert, um möglichst viele kritische Situationen eben auch erkennen zu können. Und ja, heute, mein Gott, wie bei allem, da sind eben so viele Vergleichswerte und was nicht alles eingerechnet wird, dass die Belichtungsmessungen ja kaum noch, kaum noch daneben liegen. Vielleicht noch bei so einem weißen Hemd, wenn ich das jetzt sehr großflächig halte, oder bei einer Braut, die eben weißes Kleid einhat und großflächig fotografiert wird. Oder Schnee, mir fällt jetzt gerade nichts Dunkles ein. Was weiß ich, der klassische Kohlenkeller vielleicht. Also in ganz starken Extremen muss man Belichtungen korrigieren. Aber ich würde, Kurzfassung, die Werte eigentlich zu 99 Prozent einfach übernehmen. Ab und an mal schauen, ob es stimmt. Und dann kann man korrigierend eingreifen, wenn schwierige Situationen da sind. So, jetzt kommt es aber zum Schluss auf die Frage an, was mache ich dann mit den Werten? Und da ist ja die Antwort schon drin, ob ich manuell fotografiere. Weil viele, ich habe da ja auch mal eine Sendung zu gemacht, glauben ja, uh, die hohe Schule der Fotografie ist das manuelle Einstellen der Kamera, also das Einstellen der Werte von Hand. Naja, wenn es euch Spaß macht, macht um Himmels Willen, was ihr wollt. Vielleicht ist das ein meditativer Vorgang für euch, weil nicht ganz ernst. Wir sind hier bei FotoMove, da ist alles möglich und erlaubt. Aber mehr ist es ja auch nicht. Es ist einfach nur Ablesen der Werte im Sucher oder auf dem Monitor und dann übertragen. Bei modernen Kameras zumindest und bei den Kameras der letzten 30 Jahre. Das macht natürlich nur Sinn, wenn man Zeit hat. So, das kann man die Kamera auch selber machen lassen. Dann spart man sich Handgriffe. Ihr wisst, ich bin ein fauler Fotograf. Ich habe es ja eben schon mal gesagt. Spannender wird die Frage eigentlich dabei, was macht man dann mit den Werten? Benutzt man eine Programmautomatik oder eine Teilautomatik, also Blenden- oder Zeitautomatik? Und da werde auch ich dann etwas konservativer an dem Punkt. Programm nutze ich jetzt nicht. Ist nicht tragisch, wenn man shiftet. Also wenn das möglich ist, ist das auch kein Problem. Das ist mir ehrlich gesagt dann zu kompliziert. Aber wir haben ja diese beiden Methoden der Teilautomatik, um kreativ arbeiten zu können. Und um uns das möglichst leicht zu machen. Und deswegen rate ich schon eben Zeit- oder Blendenautomatik zu nutzen. Automatik aber. Und ja, das führt eben zu Ergebnissen, was ich sofort allen meinen Schülern immer verboten habe, war der Einsatz dieser grünen Vollautomatik, die ja alles bestimmt. Die schaltet das Blitzlicht ein, die schaltet den Autofokus wild hin und her. Sowas finde ich doof. Und auch entsprechende Programmautomatik, so Themenautomatiken wie Sport oder Porträt oder sonst was. Also das ist wirklich nicht schwer zu lernen, was man da von Hand einstellen muss. Und das führt zu einem tieferen Verständnis dessen, was man da tut. Also die würde ich auch nie jemandem empfehlen oder benutzen. Kann man natürlich auch machen. Nochmal, wir sind bei FotoMove. Wenn ihr einfach gar keinen Bock auf Lernen habt, dann nutzt die, dann funktionieren die auch irgendwie. Aber wie gesagt, das finde ich wirklich sehr einfach und lernbar. Das kann man noch selber hinbekommen. So, wahrscheinlich habe ich jetzt in meinem Redefluss tausend wundene Punkte bei euch getroffen. Der eine findet das, der andere findet das, der andere findet das ja mal total doof, was ich sage. Und der andere sagt, endlich hat der Scherer mal die Wahrheit gesagt. Das ist ja wie immer. Deswegen schreibt doch eure Meinung dazu mal in die Kommentare. Und vielleicht auch eine kurze Bemerkung dazu, dass ich eins der Themen mal vertiefen soll. Wie das TTL-Blitzen zum Beispiel oder auch bei Belichtungsfragen nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Das wäre für die Dienstagsfolge so ein Maß an Technik, dass ich auch unter FotoMove Kreativgesichtspunkten für ganz verträglich halte. Ich werde ja auch keinen Fotokurs machen. Aber da kann man sicher das ein oder andere noch besprechen. Interessiert mich natürlich immer, was ihr davon haltet. Und ja, zum Schluss, wie üblich, vergesst nicht ein Däumchen nach oben da zu lassen, wenn es euch gefällt. Ihr dürft aber auch sehr gerne einen nach unten geben, wenn es euch nicht gefällt. Vergesst, wenn ihr neu seid, nicht den Kanal zu abonnieren und auf das kleine Glöckchen zu drücken. Denn insbesondere freitags ist das Glöckchen wichtig. Da gibt es nämlich ab und an Live-Sendungen. Richtig live um 20 Uhr mit Chat. Und wir reden miteinander. Und ich habe oft Gäste hier. Es geht nicht immer so ganz hart um Fotografie, sondern um Kreativität und Kunst und andere Fotografinnen und Fotografen. Also eine ganz, ganz spannende Sache. Ich würde mich freuen, euch da mal zu sehen. Und jetzt benutzt eure Automatiken, tummelt euch, macht schöne Fotos, haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen. Tschüss! ZDF 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 ZDF